ja die Rundfunk der Eben Markov zusammen mit Arbeit Julien und ich habe die Brücke für die das Tribo gefährlich ich habe die Brücke für die ich habe die Brücke für die Schiff erhielt uns in die bei der Stor weil er ist ja nicht mehr ja die baukartig ab aber dabei waren ich bin ich auch nicht weil sie es unterirdisch gehabt oder unterirdisch ja da in diesem diese jetzt auch diese 3 x 1 block wasserquelle da ne ja und da drin ernsthaft ja ernsthaft da ist ein cool bei meinem haus oh je und da kommt auch ein zombie witzig war ich habe gerade keine sachen dabei ja blöd jetzt noch gestorben der erste und nicht wahr und deswegen ich kann sagen aber das schon den turm angefangen sich julian naja ich hab so weit oder ich hätte so bei der unteren den leben habe ich gebaut ich sehe jetzt erst dass du mir ein bisschen stein gegeben und ja hatte ich ich geh jetzt kurz um mein μau die mein sachen da komme ich wieder ok blöd esziellen verarschen mir veg . singen zum b þr g granja so weit weg was jetzt hätte der nicht eh gefunden ja ich weiß nee hätte er glaube ich nicht doch halt der Ernst Nein der Geburt hat er seinen neuen Turm als ob er es merkt das stimmt auch ja aber irgendwann hätte es gesehen wenn er fertig wäre mhm wie ich mich jetzt hier ich glaube er achte ich würde es stark darauf Aua Jaa Creeper bester Mann hier ich hab übrigens auch mal euer Lager ins Lager einsortiert euer Lager ins Lager einsortiert ja fuck ach da sind die ich komme der ist so putzig Julians Name ne wenn der weg ist wie putzig der ist wie kurz der ist ne David kommst du zu Dingens das und die Promenade ist voll am Karno als du sie als du das wissen wollt ich habe jetzt schon den Übergang zur Stadt soll soll äh Julian Julian ja soll die ähm soll die Promenade noch so auf die andere Seite übergreifen so der Stil wen meinst du jetzt ja dich äh weiß nicht kurz zu entscheiden wobei das ja eher so arm statt die ja auch ist ein mhm 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 da wird solche Wörter sagt man nicht ne solche Wörter sagt man nicht ich bin ich nicht böse sagt ist der david denn irgendwie dumm der hat man da hat den ganzen leben ja tue man hat wenn ich auf einmal weg musste ja ich habe es ja nicht so gemeint nur der um mhm mhm ja 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 ganz allein vom Tonfall gesagt wenn es gesagt wir sind aber auch ist das auch nicht dumm so nis ja folgt mir jetzt zum Beispiel das war so weiß so bitte und um ja ich meint wenn es da rein oder ja ich glaube es ist ganz vorhin mal kurz gemacht weiter bin ich nicht ich bin dafür dass wir das Dach nicht mehr aus orangenen Blöcken sondern aus Stierblöcken bauen man sollte ja auch nicht so übertreiben das nicht übertrieben ich erzähle gerade ein bisschen Laufen zu Prozent wir haben heute schon nicht ein bisschen Blöcke haben weil ich weiß gerade nicht genau ja und gleich ihr könnt Prozent schätzt so zu welcher untergefallen Bord ich will es erst mal so machen die hier unten am Rand weil ich das nicht genau weiß wie du das haben solltest da auch einfach so ja aber hier das ist ja jetzt wieder die Ecke wo du abrunden wolltest ja genauso wie da vorne ja ich habe das aber nicht gesehen davon ich bin gerade wieder gekommen jetzt hat mir doch zusammengebaut vor allem wieso hast du nicht die Zeit wie ich weg war einfach nur mit orangenen Clay gefahren ja das hatte ich als nächstes vor nachdem man die Ballett gerade abgelaufen wäre weiter schutz nein 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 alter ja was war das denn was eine frage ha 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 was ist komm mal bitte das ist geil erläutig ist dann wie bei explodieren er weiß was alles kaputt gegangen ist was sagt die leute für denn nur die tür ist explodiert das stück denn die wachst du ich hab mich grad gewundert und sieben weil das genauer ist das aufs letzte auch da auch nur es wird explodiert der freien blöcken das so weit der ist zu sagen die halbe blöcke gebaut und nur auf einem blöcke haben die aufschlösen die hatten Prozent der Tür und in der Tür ist explodiert also in den Block von der Tür habe ich schon wobei nein nein vor der Tür schon schon vor der Tür die also die also ich meine du hast die Tür platziert erkannt ist ja ein Leiderlehrer ein ich bin ich hier drauf oder dem tut es alle die zu einem halben Block umsetzen sei es nein also ich hab die Tülle oder zum erledigt er kommt hallo ich habe noch früher ich hab die Tür aufgemacht und davor war ein Küper dann habe ich den geschlagen dann war der irgendwie fünf Blöcke weiter hinten wenn ich das hat gefehlt ja ich habe gerade irgendwas heute gemacht was hast du gerade gesagt Tim ich dachte wir machen das wie vorne ja ich weiß aber nicht mehr gerade wie es vorne war mach du mal bitte wie vorne also ich hab also der stand vor der Tür hab ich die Tür aufgemacht hab den weggeschlagen dann war der irgendwie ich bin ich war das jetzt war der fünf Blöcke vorher also nach vorne und dann ist er explodiert und die Tür ist kaputt gegangen sonst nichts ja aber der war auch schon der war an der Tür oder ja ja das ist nämlich so nein und dann und dann habe ich ihn weggeschlagen und dann ist nur die Tür zerstört worden warte überhaupt nicht wer denn ne von der Tür ich hab mich drüben nein er war irgendwie fünf Blöcke oder so von der Tür entfernt ich bin schon richtig drüben achso das war einfach diese eine Block und über das Jürgen wieder kommt keine Ahnung guck mal wie vorne wieder genau wie vorne achso das war so so war das so war der vor allem wieso seid ihr auf die Idee gekommen nein 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 das ist ein Block genau hier vorne was da ja so ist richtig doch ja ich guck gerade nein ist es nicht guck mal hier ist genau an der Wand also beim letzten Block nur ein Block da vorne ja aber hier nicht ja dann ist das ja weg ja dann ist das ja weg ja ja ich guck nicht die kann es endlich hier hinten dran sehen du hast hier hinten den Turm bisschen falsch gebaut was hier hinten den Turm bisschen falsch gebaut was hier hinten den Turm bisschen falsch gebaut oder wie denn guck mal hier mit den Stormbricks hier hinten 2 2 2 2 2 2 1 Seite orientiert über keine haste auch so ein Brex weil ich habe keine dann aber ich bin ja okay ich mach nur kurz auf ganz immer den Orangenen Stände unten weg wird setzen den ich dahin gesetzt habe um hochzukommen Kei Spitzer doch ich wollte nicht runterspringen wieder das ist der Schlaufer wir sollte aber es auch vor den Fenstern weg machen oder auch können wir machen so ist überhaupt jetzt schön gerade nicht persönlich weiter da wo bist du das ist woanders doch also darf ich das mal hier Hallo Junge ich wollte gerade den Block setzen und hatte eine Kartoffel in der Hand sehr toll hier kommt ein Fenster rein habe ich gerade beschlossen ich merke es wo kommt denn jetzt eigentlich die Wand hin also wo die Nummer eins und so ist ich würde sagen wir können ja noch drinnen so zwischen war hier machen weil sie zwischen ist eine suchzeit zwischen die sind immer drei blöcke lang und zu drei 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 ich habe hier die ganze Zeit hinwenden die Trümpel der Rest ist dann auf der Eindruck unter Nürnberg ich hoffe ich hoffe wir haben noch genug mit Leben ich glaube ich bin gerade wir haben nicht mehr genug geliebt sicher ja was ist denn dürf ah den Läubern mit dem Laub wäre jetzt fällig da wüsste ich gar nicht so schlecht aus wenn man hier zu guckt je nachdem der ganze Garten ist und so das ist zu symmetrisch ist auch zu symmetrisch ich komme gleich mal zu euch wenn das okay ist ich hab noch Leben ne ein Stack dann geht es ja ich hoffe vielleicht ist es ja auf ich bin wieder zu blöd ich hab mich schon wieder vergessen äh und so äh ich bin jetzt mit den beiden Dachten sind jetzt gleichfertig er hat was sie über die Fenster hin oder wie sind die solche Lücken äh hier ist eine Lücke auf beiden Seiten sind bei Juli an sich hallo ich habe gewusst ich hab ihn geboostet ich hab ihn geboostet auf jeden Fall äh muss ich das kapieren Julian komm mal bitte komm mal bitte siehst du siehst du siehst doch hier die Mauern ne ja so dann geh mal mit hier bitte mit nach hier hinten scheiße guck doch ich bin gerade ein Loch runtergefallen und da waren drei Creeper hinter den letzten drei Creepern hierher hier diese Blöcke diese vier ne ja dann guck mal bitte hier hinten ja es muss doch nicht ganz genau sein ich möchte das auch mal so gut da haben wir jetzt jetzt so wie schön muss das aber auf der anderen Seite auch so sein jetzt ist doch genau auf der anderen Seite genauso nein ja aber jetzt wie guckst du gerade äh hinter dir also da da ja warte mal auf der anderen Seite der Rückseite auf der anderen Seite der Rückseite das steht mit Kumpen Kugeln das Kugeln L 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 meine Eltern und nicht mehr das was sind die die Klingel ins Klingel dass sie getrunken er will er will ich mag auch die Klingel sagt er ist raus er hat das was von der Folge letztlich mein Platz sammelt da wird gehen sich verheiratet ist das Wettbewerb warum um